Das hier ist die Leider des Todes. Ja, ich bin gestorben in Minecraft Hardcare an meinem eigenen Projekt, aber ich habe heute noch was vor, denn ich muss was erledigen. Ihr seht, ich bin ein Geist. Also man kann ja noch auf der Map rumfliegen, wenn man tot ist, aber man kann halt gar nichts mehr machen. Also ich könnte jetzt hingehen, aber um jemanden zu erschrecken. Achtung, pass mal auf. Also da wollte ich meine geniale Base reinbauen. Ich muss mal gucken, hat jemand gelootet? Ah ne, doch hier. Ah ne, das Zeug ist despawn, was ich da noch hatte, glaube ich. Aber jemand hat sich auf jeden Fall ein Dia und so. Ich wurde beklaut. Das ist dann, ist das dann ein Grabräuber? Jemand hat mein Zeug geklaut. Oha. Jetzt muss ich erstmal, jetzt muss ich mal Achtung. Warte mal, ich porte mich mal zu Aventus. Ich habe mich zu Aventus geportet und hier entsteht was richtig krasses, Alter. Aber ich will ihn jetzt erstmal erschrecken. Der kann mich nicht hören, glaube ich. Da ist ein Stecker draußen. Oh Mann. Ich wollte ihn erschrecken. Kann ich jemanden erschrecken? Achtung. Buh. Baut sie. Allah. Buh. Buh. Hallo. 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 Es geht voran. Es geht ziemlich schnell mit der Effizienz. Vier Spitzhacker. Oh Mann, der kann mich nicht hören. Ruf, da ich den nicht direkt ausgepackt habe. Warum kann er mich nicht hören? Ich bin ein Geist. Ich bin aber auch doof. Oh nein. Mich kann keiner hören. Obwohl ich die Voice nur drin habe. Das ist jetzt echt blöd. Aber mit dem hier habe ich angefangen zu zocken. Mit dem Strange Yoshi. Naja, egal. Ich gucke mir jetzt mal mein Grab an. Äh, warte mal. Geh mal zu meinem Grab. Ey Mann. Ich kann nicht mit dem reden. So, Achtung. Warte mal. Wir gehen zu Kaiser Aventus. Der ist hier. Ich kann auch in den Rhein gehen. Oh. Ich lieb's ein Geist zu sein. Das ist auch nice. Aber gerade ohne Voice, Mann. Jo, mach. Los. Hier das Grab von Ugo Tox. Oh, jetzt bin ich in ihm. Nein. Hä? Oh, diese Kamerawechsel, Alter. Was machen die jetzt? Ich will. Führe mich zu meinem Grab. Führe mich zu meinem Grab. Ist das hier mein Grab? Geht's da rein? Da drin? Was machen die hier? Ist das hier mein Grab? Oh, Achtung. Achtung. Hier. Ist das hier? Ist der? Zast. Was für Zastibockt? Was für Zastibockt? Alter. Das ist Leichenschändung. Oha. Aber das ist mir würdig. Ne, da muss eine Tierrüstung eigentlich hin. Wobei, ich muss jetzt gleich mal lesen. Aber ist hübsch. Hier einmal Lapis. Und da einmal Gold. Hier wieder Lapis. Diese Netterlaternen hier. Was sind das für... Was sind das? Soul-Laternen, ne? Und dann, was haben wir hier? Basti zockt. Ruhe in Frieden. Hier sind Leitern. Er war der goldene Reiter. Und zu hoch auf der Leiter. Oh Mann, ey. Ich wollte sogar noch mitspielen. Aber so ist es halt. Und dahinter sieht man diese Leiter. Alter, als ob. Aber voll cool auf jeden Fall. Richtig cool. Also, er schaut bei Kaiser Aventus vorbei. Und lasst ihm einen Dank dafür. Dieses wunderschöne Grab. Ich bin... Ich bin sehr gerührt. Aber ich bin trotzdem traurig, dass die mich nicht hören. Wart mal. Äh, habt ihr Voice... drin? Ja, ich versuche die ganze Zeit zu reden. Hallo. Ja. Hallo. 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 Oh, man kann Geister nicht hören. Schade. Aber ich höre euch. Oh Mann. Aber ist das dann... Dann ist man so ein richtiger Geist, Alter. Ich bin jetzt... Mein neues Leben beginnt jetzt hier als Fisch. Das ist jetzt... Ich habe einen Fisch übernommen. Oh Gott, Mann. Das ist jetzt schon wieder so... Huch. Äh. Ja, oder ich bin ein Tintenfisch. Warte mal. Aber mit Shader sieht das so gut aus. Ich bin jetzt ein Tintenfisch. Mein neues Leben als Tinten-Basti. Yay. Wäre lustig, mit Toten zu reden. Ja. Jupp. Ich lebe jetzt in einem Squid weiter. Äh. Ich weiß auch nicht. Aber ich wollte euch auf jeden Fall noch das Grab von mir in Minecraft Hardcane zeigen. Und was die hier noch so weiter bauen. Bin ich sehr begeistert auf jeden Fall. Ich wäre, wie gesagt, richtig gerne da noch am Start gewesen. Ich hatte so gute Ideen. Aber, keine Sorge, Leute. Bei mir startet jetzt als nächstes Projekt Skyblock 1.19. Also, ja, wird der Wahnsinn. Vertraut mir. Wird toll. Ich gebe mir Mühe. Und, äh. Wird mich über einen Daumen nach oben freuen. Und ein Abo. Und dann würde ich einfach mal sagen, das war meine letzte Folge. Minecraft Hardcane. Und haut rein. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.